Heute Abend startet die zweite Bundesliga in die neue Saison 22-23. Anlässlich dessen werde ich euch heute meine Prognose abgeben, welcher Verein auf welchem Tabellenplatz die Saison beenden wird. Beginnen wir auf Platz 18 und da habe ich mit Eintracht Braunschweig eine Mannschaft, zu der ich nicht wirklich viel sagen kann, da ich da eigentlich nichts zu gesehen habe in der Vorsaison. Aber wenn ich mir den Kader jetzt mal so anschaue, ist es für mich schon so von den Namen her der schwächste Kader, trotz der guten Transfers von De Kali und Verrei und daher mein Platz 18. Der zweite feste Absteiger auf Platz 17 ist laut meiner Prognose Jan Regensburg. Man hat in der Vorsaison eine extrem schwache Rückrunde gespielt nach der guten Hinrunde. Man hat jetzt drei wichtige Spieler verloren mit Maier, Weckesser und auch vor allem Besuschkopf. Die sonstigen Transfers und die Neuzugänge sind aber dafür recht gut und Zweitliga erfahren, vor allem Mees, der zurück zu Regensburg kommt. Aber mein Gefühl ist halt dann doch trotzdem, dass es auf jeden Fall Abstiegskampf geben wird für Jan Regensburg und dass es am Ende auf jeden Fall sehr knapp wird und dass sie jetzt nicht extrem abgeschlagen sein werden. Auf Platz 16 und damit dem Relegationsplatz habe ich einen weiteren Aufsteiger und zwar den Drittliga-Ersten Magdeburg. Letzte Saison war wirklich überragend, aber man hat jetzt mit Müller und Obermeier zwei Leistungsträger verloren und ich denke, dass es mit dem fußballerischen Ansatz von Trainer Tietz in der zweiten Liga auf jeden Fall schwerer werden wird. Aber ich sehe sie dann aufgrund der Qualität dann doch noch besser als die zwei vorherigen Mannschaften und deshalb auf Platz 16. Auf Platz 15 habe ich dann den KSC. Karlsruhe hat quasi seine Lebensversicherung verloren mit Philipp Hofmann, der nach Bochum wechselt und mit Rapp hat man ihn qualitativ, wie ich finde, nur sehr schwach ersetzt. Ansonsten hat man einen sehr jungen, talentierten, aber eben auch verletzungsanfälligen Kader, der meiner Meinung nach auf jeden Fall im Abstiegskampf landen wird. Kommen wir zu Platz 14 und damit hätten wir dann alle Aufsteiger abgehakt, denn ich habe auf Platz 14 den 1. FC Kaiserslautern. Dort hat man mit Dorm und Lude zwei gute bzw. überragende Transfers getätigt und ansonsten finde ich, dass der Kader jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau für die zweite Liga ist, aber ich denke, gemeinsam mit den Fans, die da zahlreich erscheinen werden, kann man auf jeden Fall viel erreichen und den Klassenerhalt schaffen und ich würde ihnen sogar auch eine Überraschung zutrauen, dass sie sogar noch einen Tick besser abschneiden können. Auf Platz 13 ist dann somit die größte Überraschung, die ihr in meiner Prediction finden werdet, denn ich habe dort St. Pauli. Man hat nämlich einige wichtige Spieler verloren, vor allem einen Daniel Kofitre, aber auch einen Boekstaller, die halt eben enorm wichtig waren. Im Gegensatz hat man zwar interessante Transfers getätigt, unter anderem mit einem Eckestein, aber ich sehe da dennoch auf jeden Fall erstmal einen Leistungseinbruch, jedoch auf jeden Fall keinen Abstiegskampf. Auf Platz 12 habe ich dann eine Mannschaft, die sich normalerweise immer im Abstiegskampf findet, aber sie waren eine der besten Mannschaften in der letzten Rückrunde und zwar handelt es sich um den SV Sandhausen. Die haben als Stammspieler eigentlich nur Testro verloren und konnten die Mannschaft sogar mit einem Kinzombie vom HSV sehr gut verstärken und ich sehe sie daher im gesicherten Mittelfeld. Auf Platz 11 habe ich dann Heidenheim und da habe ich mich schon echt schwer getan, aber man hat drei Stammspieler verloren mit Leipert, Züsing und halt vor allem mit dem besten Spieler mit Mohr, der zu Schalke gegangen ist und man hat jetzt keine wirklichen Transfers getätigt, die die Qualität verbessern, abgesehen von Jan Niklas Beste und daher glaube ich, dass sie wohl eher nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden in der Saison. Auf Platz 10 habe ich dann den ersten Absteiger aus der ersten Bundesliga mit der Spielvereinigung ausführt. Da ist es so, dass ich den Trainer nicht wirklich einschätzen kann. Was den Kader angeht, hat man viele gute Spieler verloren, allen voran natürlich Jamie Leveling. Dennoch hat man noch viel Qualität im Kader aus der Vorsaison und man hat auch noch das ein oder andere Top-Talent dazu geholt, wie eben ein Räbiger oder ein Amindo Sieb. Von daher wird sich die Mannschaft auf jeden Fall erstmal finden müssen und daher wahrscheinlich eine bessere Rück- wie Hinrunde spielen. Auf Platz 9 habe ich dann so eine Mannschaft, die ich als kleine Überraschung für die Saison prognostiziere, und zwar Hansa Rostock. Da ist es nämlich so, dass man seit der Änderung der Spielweise eine richtig gute Rückrunde gespielt hat letzte Saison. Sie haben einen guten Torwart mit Kolke, einen guten Abschlusssteigen Stürmer mit Verhoog und nun auch mit Sebastian Thiel, einen Kreativspieler fürs Mittelfeld geholt, der meiner Meinung nach der beste Transfer der ganzen Liga, Stand jetzt ist und mit seiner Champions-League-Erfahrung aus letzter Saison definitiv der Mannschaft weiterhelfen kann. Auf Platz 8 habe ich einen weiteren Verein aus dem Norden mit Holstein Kiel und da gab es eine deutliche Leistungssteigerung seit Rapp als Trainer im Amt ist und wenn ich den Kader mir so anschaue, dann finde ich ist der wirklich gut und auch ziemlich ausgeglichen aufgestellt und daher ist Kiel für mich auf Platz 8 gut angesiedelt. Auf Platz 7 habe ich da eine echt interessante Mannschaft und zwar habe ich da Hannover 96. Wenn man mal auf den Kader schaut, dann ist der rein nominell wieder sehr stark besetzt, wie eigentlich vor jeder Saison in der näheren Vergangenheit. Man hat dazu noch qualitativ gute Neuzugänge mit Besuchkov, Schaub oder auch Nielsen und zwar waren alle Ablöse frei, aber ich finde der Kader passt nicht optimal zur Spielweise vom neuen Trainer Leithel und daher finde ich, dass hier auch eine Eingewöhnungszeit beziehungsweise auch weitere Transferphasen nötig sind, um den Kader dementsprechend anzupassen, damit man dann noch bessere Chancen hat aufzusteigen. Kommen wir zu Platz 6 und damit zum SC Paderborn. Der Kader wurde hier größtenteils zusammengehalten, zumindest so was die Stammspieler betrifft und in der Verteidigung hat man sich qualitativ echt gut verbessert, vor allem so was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Man hat viel Ablöse freigeholt beziehungsweise auch unter Marktwert und ich denke, die werden ihren Weg mit Trainer Quasniok weitergehen und erneut vorne mitspielen. Für viele ein echt heißer Aufstiegskandidat, bei mir nur auf Platz 5, ist der 1. FC Nürnberg. Trainer Klaus ist eventuell im letzten Jahr und möchte oben angreifen und der Kader wurde auch gut verstärkt, vor allem in der Breite mit viel Zweitliga-Erfahrung, unter anderem durch Dafferner, Wekeser, Winsheimer oder auch Jamara. Aber man hat auch im Gegensatz die Verluste, vor allem von Kraus, der zu Schalke weitergezogen ist und auch von Dovedan. Daher sehe ich sie eher nur auf Platz 5, da die Transfers zwar auf jeden Fall gut sind für die Breite, aber qualitativ sehe ich die jetzt noch nicht ganz in der Zweitligaspitze. Und der nächste Verein, der laut meiner Prognose knapp am Aufstieg scheitern wird, ist die Fortuna aus Düsseldorf. Mit Thun hat man einen guten Trainer, der auch eine richtig gute Rückrunde mit ihnen gespielt hat und daran wird man auf jeden Fall anknüpfen. Das Ganze hängt natürlich auch sehr von einem Verbleib von Carlet Narei ab, aber ich glaube für die Aufstiegsplätze wird es im Endeffekt hin wie her nicht ganz reichen, da man den Kader mit Transfers jetzt auch nicht unbedingt verbessern konnte bis jetzt. Auf dem Relegationsplatz habe ich da eine Mannschaft, die schon in der Vorsaison für Furore sorgen konnte und zwar handelt es sich dabei um Darmstadt. Man hat insgesamt nur zwei wichtige Abgänge mit Tim Schalke zum einen und zum anderen mit Pfeiffer, wo man jetzt mal noch schauen muss, ob man ihn vielleicht nicht nochmal bekommt für eine Saison, aber auch so finde ich, dass sie gut aufgestellt sind. Sie haben einen guten Trainer mit Lieberknecht, der mit einer offensiven Spielweise überzeugen kann. Zudem haben sie nun auch noch mit Wilhelmsson für den Sturm ein absolutes Top-Talent gekauft und ich denke, dass sie an der starken Vorsaison anknüpfen können und am Ende auf Platz 3 landen. Als nächstes haben wir dann den HSV auf Tabellenplatz 2. Ja, nicht auf 1, das werde ich gleich noch näher erläutern, aber was den HSV betrifft, da finde ich, dass der Aufstieg auf jeden Fall Pflicht ist. Der Kader wurde in der Breite verstärkt und qualitativ gesehen hat der Kader viele Spieler auf dem allerhöchsten Zweitliga-Niveau und daher rechne ich fest mit einem Aufstieg. Man könnte jetzt sagen, das hieß es in den Vorjahren auch immer, aber es ist jetzt das erste Mal, dass man in das zweite Jahr mit einem Trainer geht und ich denke, die Mannschaft hat mittlerweile die Abläufe unter Tim Walder verinnerlicht und kann das nun auch dementsprechend auf den Platz bringen und dann letztendlich auch den Aufstieg perfekt machen. Und damit kommen wir jetzt zum Meister, je nachdem wisst ihr jetzt schon, wer es ist, und zwar ist es der andere Absteiger mit Arminia Bielefeld. Und da muss ich jetzt mal sagen, vielleicht falle ich mit der Prognose aufs Maul, denn man hat viele Stammspieler verloren mit Pieper, Ortega, Wimmer, Nilsson und auch Brunner. Aber ich denke, dass jetzt andere Spieler mit viel Talent in den Vordergrund rücken können. Man hat ja im Kader immer noch Spieler wie Okugawa, Krüger, Serra, Lasme, Vasiliadis, Hack, Klos, Bello oder auch einen Capino im Tor, der auch nicht schlecht ist. Und ich finde jetzt trotz dessen, dass es nicht viele qualitativ hohe Neuzugänge gab, dass man dennoch noch eine Mannschaft mit großer Qualität hat, der ich mit einer abgezockten Spielweise auf jeden Fall den Aufstieg zutraue. In diesem Fall sogar als Tabellenerster und somit als Zweitligameister. Das war also meine Prediction, meine Prognose, welcher Verein am Ende auf welchem Tabellenplatz landen wird. Lasst mich gerne eure Predictions in den Kommentaren wissen, welcher Verein landet wo. Schreibt gerne alle Vereine rein oder nur ein paar einzelne. Wer könnte überraschen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.